Wenn du in deinem Leben mit Jesus unterwegs bist, dann kannst du sicher sein, dass er dich auf Schritt und Tritt begleitet, dass er vor dir her geht und einen Weg macht und dass er dich begleitet durch jede Wegstrecke, die du gehst. Das ist uns relativ einleuchtend und wir sind froh darüber, wenn wir Wegstrecken gehen, die einfach sind. Die Sonne scheint, die Straße ist gerade, du weißt genau, wo du hingehst und es fällt dir leicht, mit Jesus durch diese Zeit zu gehen. Nun gibt es aber Zeiten in unserem Leben, wo wir da nicht so ganz sicher sind. Unser Weg wird etwas begrenzt, etwas schmal, dunkel und auf einmal wissen wir nicht mehr so richtig, wo ist denn eigentlich das Ziel. Es wird schwieriger, Schritt für Schritt voranzugehen und dein Gefühl sagt dir, wo ist denn Jesus? Ich fühle ihn nicht, ich merke gar nichts davon, dass er da ist. Im Psalm 85 gibt es einen Vers, der heißt und er wird ihre Tritte zum Weg machen. Das spricht davon, dass Gott uns eine Verheißung gibt, dass überall, wohin wir gehen, er jeden Schritt zu einem Weg macht. In einem anderen Psalmwort heißt es, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte. Das spricht davon, dass wir, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, sein Wort brauchen, damit wir jeden Schritt gehen können. Jeder Schritt wird hell gemacht durch das Wort Gottes. Es ist immer nur ein Schritt. Aber wenn du in Treue und in Kontinuität jeden Schritt mit Jesus weitergehst, wird es einen Weg geben. Die Bibel spricht davon, dass wir manchmal durch ein dunkles Tal gehen. Wir haben das oft in unserem Leben gesehen, oft solche Zeiten erlebt, wo es wirklich bedrängt und neblig war. Und wir haben immer erlebt, wie Gott an unserer Seite mitgegangen ist. Dass er immer einen Schritt vor den anderen mit uns gegangen ist und dass er diese Schritte in einen Weg gebahnt hat. Die Bibel spricht von dem, dass wir in gebahnten Wegen mit Gott vorangehen werden. Und der Psalm 23, der von diesem dunklen Tal berichtet, der zeigt dir, Jesus als der Hirte geht vor dir her. Er hat den Stecken und den Stab und er wird dich durch diese Zeit begleiten. Bleib du nur dicht an ihm dran. Bleib dicht mit Gott verbunden. Schau, wo Jesus geht, wo er sich bewegt, da ist der Weg sicher. Nimm das Wort Gottes, lese darin, nimm es ganz persönlich, persönliche Verheißungen für dich auf deinen Lebensweg mit. Und du kannst sicher sein. Gott hat mehr für dich.